Eine Ankündigung von GTA 6 lässt allen Gerüchten zum Trotz noch auf sich warten. Dafür hat ein anderes Gerücht sich nun als wahr erwiesen. Die GTA-Remastered-Trilogie existiert wirklich. Rockstar hat die Sammlung nun nämlich ganz offiziell angekündigt. Grand Theft Auto – The Trilogy – The Definitive Edition heißt das Paket mit den neu aufgelegten Versionen und enthält die drei Open-World-Klassiker GTA 3, GTA Vice City und GTA San Andreas. Die kam 2001, 2002 und 2004 in den Handel und gelten jeweils als Meilensteine der Videospielgeschichte. Erscheinen wird die Kollektion noch 2021 für den PC, PS5, PS4, Xbox Series X & S, Xbox One und auch für die Nintendo Switch. Im kommenden Jahr wird es außerdem Umsetzungen für iOS und Android geben. Einen genauen Releasetag gibt's aber noch nicht. Den wird Rockstar wahrscheinlich im Rahmen der Feierlichkeiten zum 20. Geburtstag von GTA 3 bekannt geben. Auch Gameplay gibt's im ersten Teaser noch nicht zu sehen. Klar ist aber, bei Grand Theft Auto – The Trilogy wird es sich nur um Remaster-Versionen der drei Spiele handeln, keine aufwändigen Remakes. Die Entwickler versprechen aber Upgrades an allen Ecken und Enden, darunter grafische Verbesserungen und moderne Gameplay-Anpassungen. Der Look und das Spielgefühl der Originale sollen dabei aber erhalten bleiben. Unschönes Nebendetail, die Original-Versionen der Spiele verschwinden schon in den nächsten Tagen von diversen Download-Plattformen und werden durch die Remaster-Version ersetzt. Wer sich die Spiele schon gekauft hat, wird sie aber auch in Zukunft noch in den Ur-Fassungen herunterladen können. Rockstar verspricht noch weitere GTA-Ankündigungen für die nächste Zeit. Die sollen sich aber vor allem auf GTA Online beziehen.